Herzlich willkommen zum sechsten Thema unserer Vortragsreihe vom Schatten zum Licht. Wir wollen uns heute mit den zwei großen Reformatoren Hus und Hieronymus beschäftigen. Wir können schon gleich hier sehen, dass sie als Team zusammengearbeitet haben und ich kann Ihnen nur versichern, auch ich habe hier die Möglichkeit im Team zu arbeiten und im Team für Gott zu arbeiten ist viel effektiver als alleine. Und so ist es vielleicht schon alleine von der Überschrift für uns eine Ermutigung zu sagen, ich möchte teamfähig sein und mit anderen Menschen, mit anderen Christen für die Sache Gottes arbeiten. Aber schauen wir uns ganz kurz das sechste Kapitel an. Es ist in drei Bereiche aufgeteilt, das Leben von Hus, das Schicksal von Hieronymus und das Erbe der Reformatoren. Wir wollen diese drei Abschnitte jetzt mal genauer anschauen. Jan Hus wurde leider durch seinen Tod, durch den Tod seines Vaters halbweise. Und so musste seine Mutter viel arbeiten und viel in die Erziehung und auch in die Bildung investieren, damit Jan Hus überhaupt die Möglichkeit hatte, eine gute Ausbildung zu bekommen. Er studierte nämlich, er hatte die Möglichkeit an der Universität von Prag zu studieren. Und das ist natürlich seiner gläubigen Mutter, seiner fleißigen gläubigen Mutter zu verdanken. Denn bevor er sozusagen in die Schule und auch ins Studium dann später ging, kniete sich seine Mutter nieder und betete, dass Gott diesen Jungen segnete und führte, sodass er eines Tages Gott ein guter Diener sein könnte. Und sie ahnte vielleicht noch gar nicht, wie sich dieses Gebet eines Tages erfüllen würde. Denn nach dem Studium wurde Jan Hus nicht nur Priester, sondern auch Professor und später auch Rektor. Auch hier können wir schon gleich sehen, dass Jan Hus nicht jemand war, der unwissend handelte, sondern der sich ganz genau in der Bibel, aber auch in der Kirche, im Kirchenrecht und auch im Staatswesen gut auskannte. Und so, genauso wie Wycliffe, den Respekt von Freunden und Feinden hatte. Später wurde er auch zum Prediger der Bethlehemskapelle ernannt, wo er seinen Einfluss und auch seine Botschaft weitergeben konnte. In dieser Zeit, als Hus in Prag war, brachte Hieronymus von einer Reise die Schriften von Wycliffe mit nach Prag. Und so nahm Jan Hus diese Schriften und studierte sie und erkannte durch die Schriften das, was die Bibel lehrte. Und wir haben ja im letzten Vortrag die Lehren, die Wycliffe vertrat, die biblischen Lehren, die wir auch in der Bibel finden, hat er sich Jan Hus zu eigen gemacht und genauso angefangen, in Prag weiterzugeben. Er nahm sie mit Wohlwollen an und gab sie an die Studenten weiter und so herrschte in Prag eigentlich ein Aufruhr. Denn plötzlich fingen die Studenten, die von dieser Universität abgingen und nach Hause gingen, diese Botschaft und das Evangelium, sie fingen an, das in ihrer Heimatstadt weiterzugeben. Und das blieb natürlich nicht unbemerkt. Zudem kamen auch zwei Fremde aus England, wahrscheinlich die Lolladen, die Nachfolger und die Jünger von Wycliffe, die diese gleiche Botschaft predigten. Da ihnen aber das Predigen verboten worden ist, benutzten sie Bilder. Und sie wissen ja, dass die Bilder manchmal viel effektiver sind. Deshalb heißt es ja auch, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und da sie nicht predigen durften, haben sie ein Bild gezeichnet, ein Bild gemalt, dass jeder, der dran vorbei ging, sofort verstand, was die Botschaft ist. Sie malten ein Bild von Jesus Christus, dem armen Sohn Gottes, der hier auf der Erde lebte und wie er sein Leben verbrachte. Und im Gegensatz der Nachfolger von Petrus, als was er sich ausgibt, der Papst als der Stellvertreter Christi auf Erden. Und so zeigten sie hier den Unterschied. Die Armut auf der einen Seite und der Reichtum und die Pracht auf der anderen Seite. Später wurde auch noch ein Gedicht dazu verfasst, das ich hier gerne vorlesen möchte. Da heißt es, Sieh an, o Freund, dies Bildnis recht. Hier reiht der Herr und da der Knecht. Der Herr auf einem armen Tier, der Knecht mit höchster Pracht und Zier. Der Herr trägt eine Dornenkron. Der Knecht ein dreifach gülden Kron. Der Herr war arm auf dieser Welt. Der Knecht hat groß Gewalt und Geld. Der Herr hat nicht, da er's Haupt hinlegt, den Knecht man auf den Achseln trägt. Der Herr den Jüngern wusch die Füße. Dem Knecht sein Fuß man küssen muss. Der Herr litt hier viel Schand und Spott. Der Knecht sich ehren lässt als Gott. Der Herr gibt uns sein Gnad umsonst. Der Knecht um Geld, Ablass und Gunst. Der Herr heißt die Gebote halten. Der Knecht wagt diese umgestalten. Darum merke aus diesem Beispiel eben, ob sich vergleicht ihr Leer und Leben. Du siehst daraus auch wohlgeschwind, wie so verschieden beide sind. Und siehst und sagst es ohne Scheu, dass der Knecht wieder den Herrn sei. Diese Bilder, die sie gezeichnet haben, haben in Prag natürlich eingeschlagen, man würde sagen heute, wie eine Bombe. Und die Menschen haben die Botschaft natürlich auch gleich verstanden. Und so gab es viele Unruhen an der Universität von Prag. Die, die dafür waren und die, die dagegen waren. Die einen, die das genauso verkündigten und die anderen, die das unterdrücken wollten. Die einen, die das in ihre Dörfer trugen und die anderen, die sich dagegen wehrten. Und so erreichte auch diese Nachricht von den Unruhen, von den Geschehnissen um die Verbreitung des Evangeliums auch Rom. Und es kam, wie es kommen musste. Sofort hat der Papst den Jan Hus nach Rom zitiert. Doch der König und die Vertreter des Adels und der Universität setzten sich für Jan Hus ein, denn sie wussten, dass das für ihn nicht gut enden würde. Denn sie wussten auch, wohin diese Reise letztendlich führen würde. Auf den Scheiterhaufen. Und da er also dort nicht erschien, verhängte der Papst den Kirchenbahn über Prag. Das mag vielleicht heute keine Bedeutung haben, so ein Kirchenbahn. Aber damals, wo alle Menschen tiefgläubig waren und die Bibel in ihrer Sprache ja eigentlich nicht besaßen, war das etwas, was einen tiefen Eindruck auf sie hinterließ und gleichzeitig ihnen Angst machte. Denn die Menschen damals sahen den Papst als den Stellvertreter Gottes auf Erden. Das heißt dann ganz praktisch, dass sie glaubten, dass er die Möglichkeit hatte, den Himmel für die Menschen zu öffnen oder zu verschließen. Und wenn der Kirchenbahn über eine Stadt ausgesprochen worden ist, hieß es ganz praktisch, jeder, der in dieser Stadt ist und lebt, hat keine Chance, gerettet zu werden. Deshalb wurden die Kirchen geschlossen, die Gottesdienste fielen aus, die Hochzeiten wurden auf dem Friedhof abgehalten, die Menschen wurden nicht auf geweihtem Boden beerdigt, sondern irgendwo auf einem Feld vergraben. Und das muss man sich dann nur vorstellen, was für einen Druck das natürlich auf Jan Hus machte. Denn plötzlich sahen die Menschen, dass ihre ewige Existenz bedroht worden ist. Und so heißt es auf Seite 94, Hus muss in dieser Zeit seiner Laufbahn einen schmerzlichen Kampf durchgemacht haben. Obgleich die Kirche ihn durch ihren Blitzstrahl zu überwältigen suchte, hatte er sich nicht von ihrer Autorität losgesagt. Die römische Kirche war für ihn nach wie vor die Braut Christi und der Papst Gottes Stellvertreter und Stadthalter. Hus wollte gegen den Missbrauch der Autorität und nicht gegen das Prinzip selbst kämpfen. Dadurch entstand ein fürchterlicher Kampf zwischen den Überzeugungen seiner Vernunft und den Forderungen seines Gewissens. Wenn die Autorität gerecht und unfehlbar war, wie er doch glaubte, wie kam es, dass er sich gezwungen fühlte, ihr ungehorsam zu sein? Das heißt, in diesem Moment hat Jan Hus so viel durchgemacht, eigentlich wollte er ihr treu bleiben. Er wollte die Kirche nicht spalten. Er wollte sie reformieren, wie jeder Reformator. Er wollte sie reformieren. Und er glaubte an das Prinzip der Autorität. Denn das vermittelt ja auch die Bibel. Jetzt sah er aber, dass die Autorität der Kirche der Autorität der Bibel widersprach. Und so fing plötzlich in ihm dieser innerliche Kampf an. Und das muss man sich nur vorstellen, zugleich auch noch der ganze Druck von den Menschen, die um ihr Seelenheil fürchteten. Viele aus dem Adel und dem Volk hielten trotzdem zu Jan Hus. Denn sie haben in dieser Zeit erkannt, dass das, was er predigte, auf der Bibel beruhte. Und so schloss auch Hieronymus sich seiner Erneuerungsbewegung an. Und das half Jan Hus natürlich in dieser schwierigen Zeit. Denn Propheten und Reformatoren waren meistens einsame Menschen, die viele Feinde hatten. Und dank dieser Zusammenarbeit konnte sich die Botschaft schneller ausbreiten. Denn Hieronymus war derjenige, der redegewandt war, der das Volk begeistern konnte. Aber auch gleichzeitig so der stürmische war, während Jan Hus eher derjenige war, der gut überlegte und weise Entscheidungen getroffen hat. Und zusammen waren sie ein gutes Team, um die Reformation weiter voranzutreiben. So heißt es auf Seite 95, Gott schenkte diesem auserwählten Männern viel Licht und offenbarte ihnen viele Irrtümer Roms. Und bevor ich jetzt hier weiterlese, müssen wir hier noch auf etwas eingehen. Vielleicht werden Sie sich fragen, ja, wieso hat Gott nicht schon Wycliffe, im letzten Thema haben wir ja über Wycliffe gesprochen, wieso hatte Gott nicht schon Wycliffe die ganze Wahrheit einfach gleich mal so mitgeteilt? Wieso musste das so ein langer Prozess sein, über viele Jahrhunderte? Ist doch eine gute Frage, oder? Wieso kam er nicht so? Hier ist die ganze Wahrheit, nimm es und bitte gib es weiter. Auf dieser Seite, in diesem Buch, auf der Seite 95, geht die Verfasserin genau auf diese Frage ein. Deshalb lese ich das nochmal vor. Gott schenkte diesen auserwählten Männern viel Licht und offenbarte ihnen viele Irrtümer Ruhms. Doch sie empfingen nicht das ganze Licht, das der Welt gegeben werden sollte. Gott führte seine Diener Schritt für Schritt, immer nur so weit, wie sie es fassen konnten. Sie waren nicht imstande, alles Licht auf einmal zu empfangen. So wie die volle Mittagssonne jene blendet, die lange im Dunkeln waren, so hätten sich auch diese Erneuerer abgewendet, wenn ihnen die ganze Erkenntnis auf einmal offenbart worden wäre. Jesus sagt ja selber zu seinen Jüngern, ich habe euch noch viel zu sagen, nicht wahr? Das hat er gesagt. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Das heißt, es ist gut, dass Gott die Wahrheit weitergibt, aber nur so weit, dass die Menschen auch das selbst tragen können. Und hier sehen wir einfach auch, wie weise Gott ist, dass er Schritt für Schritt die Wahrheit ans Licht bringt. In dieser Zeit dauerte die Kirchenspaltung, von dem wir auch im letzten Thema schon gesprochen haben, immer noch an. Jetzt gab es nicht nur zwei Päpste, jetzt gab es sogar drei Päpste, die vorgaben, Stellvertreter Jesu auf dieser Erde zu sein. Damals, im letzten Thema habe ich ja noch gesagt, dass sie sich mit Worten bekämpften. Jetzt gingen sie schon einen Schritt weiter und bekämpften sich auch militärisch. Das heißt, sie versprachen den Menschen, die für sie in den Kampf zogen, viele Vorteile. Vergebung der Sünden, verschiedene Erlasse und auch bestimmte Zusagen, was sie auf der neuen Erde im Himmel quasi erreichen oder was sie dort bekommen würden an zusätzlichem Gewinn. Das steigerte aber die Simonie und die Anarchie. Simonie ist der Kauf der kirchlichen Ämter. Das heißt, damit diese drei Päpste, die sich gegenseitig bekämpfen konnten, mussten sie ja die Menschen nicht nur auf später vertrösten, sondern auch ihnen hier schon hohen Einfluss geben. Deshalb verkauften sie bestimmte kirchliche Ämter und so konnten die Käufer sich hohe Stellungen sichern und zwar durch Geld. Und so versuchten diese drei Päpste an Macht zuzunehmen. Das aber führte wie gesagt zur großen Anarchie in den verschiedenen Nationen und das Volk sah jetzt ganz deutlich wohin das Papsttum führte und sie erkannten immer mehr was das wahre Gesicht der katholischen Kirche im Mittelalter war. Da die Menschen und auch die Adligen und Könige und auch der Kaiser hier nicht mehr länger zuschauen konnten wurde ein allgemeines Konzil in Konstanz einberufen. Und auf dem Programm standen zwei Punkte. Das Ziel war die Beseitigung der Kirchenspaltung also drei Päpste sind ja zwei zu viel oder und gleichzeitig wollte man auch die Ketzerei ausrotten. Somit wurden die Gegenpäpste und auch Jan Hus zitiert nach Konstanz zu kommen. Und im Buch auf der Seite 97 heißt es hier Hus war sich der Gefahren bewusst die ihm drohten. Er verabschiedete sich von seinen Freunden als ob er sie nie wieder sehen würde und machte sich mit dem Gefühl auf den Weg dass dieser ihn auf den Scheiterhaufen bringen würde. Trotz des freien Geleits das ihm vom böhmischen König und ebenso von Kaiser Siegesmund während der Reise zugesichert worden war bereitete er sich auf einen möglichen Tod vor. Als er dann dort ankam kam es wie es kommen musste. Denn obwohl ihm der Schutz zugesichert worden war wurde Jan Hus sofort als er dort eintraf gefangen genommen und in ein Gefängnis gesteckt. Man begründete dies damit dass man sagte also der Klerus begründete das damit dass man sagte man braucht einem Ketzer sein Wort nicht zu halten. Das widerspricht ja ganz klar den Zehn Geboten wo es heißt du sollst nicht lügen oder und hier sehen wir einmal mehr wie die katholische Kirche im Mittelalter Gottes Gesetz willkürlich auslegte und dadurch auch die Menschen anleitete selbst Gottes Zehn Gebote einfach so zu übertreten durch Krankheit geschwächt verteidigte Jan Hus trotzdem die Wahrheit denn wir müssen uns das hier vorstellen dass die Haftbedingungen nicht denen entsprachen wie wir es heute haben oder damals waren die Zellen nass feucht und die einzigen Besucher waren die Ratten und so war das ja auch nur logisch dass jemand der in so einem Gefängnis steckt und nur bei Wasser und Brot ernährt wird irgendwann mal sehr schwer erkrankt und als er dann aus dem Gefängnis rausgelassen worden ist und vor das Konzil zitiert worden ist hat man ihm zwei Wege vorgelegt er hat das die Möglichkeit zu leben aber das hat einen Preis der Preis ist dass er absagen muss der zweite Weg hat auch einen Preis er kann das was er glaubt und redet weiter tun aber das würde ihm sein Leben kosten und er würde auf dem Scheiterhaufen landen er entschied sich in diesem Moment für den Märtyrer Tod weil er sagte man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen er wurde wieder ins Gefängnis gesteckt und in der Dunkelheit seines Kerkers sah er voraus wie das Evangelium schlussendlich siegen wird denn das ist das was die Bibel ja auch deutlich macht man kann gegen Gott kämpfen man kann gegen das Evangelium kämpfen und es mag sein dass man vielleicht Erfolg hat aber schlussendlich wird Gott am Ende gewinnen in der Offenbarung heißt es denn Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige keiner kann gegen ihn gewinnen zum letzten Mal wurde dann Jan Hus vor das Konzil geführt und als er dort stand in seinem Alter und geschwächt haben viele natürlich gehofft dass er absagen wird aber so heißt es in diesem Buch vom Schatten zum Licht auf der Seite 100 als als er zu einer letzten Aussage aufgefordert wurde lehnte Hus es ab seine Lehren zu widerrufen er richtete einen durchdringenden Blick auf den Monarchen der sein Wort so schamlos gebrochen hatte und erklärte ich bin aus eigenem freien Entschluss vor dem Konzil erschienen unter dem öffentlichen Schutz und dem Ehrenwort des hier anwesenden Kaisers Tiefe Röte überzog Siegesmund Gesicht als sich die Augen der ganzen Versammlung auf ihn richteten das war die Situation in der sich Jan Hus befand und als er aufgefordert worden ist zu widerrufen hat er das nicht getan ich widerrufe nicht und so wurde er gewaltsam nach draußen geschleppt und man zog ihm sein Priesterkleid Stück für Stück ab und während man das tat wurden Flüche von den verschiedenen Bischöfen über ihn ausgesprochen man setzte Mitra aus Papier auf und auf dieser Mitra waren Teufel eingemalt und ganz groß stand auf dieser Mitra Erzketzer er war derjenige der das Volk irreführt so hat es die Kirche damals gelehrt aber er hat sich ganz klar auf das Wort Gottes berufen und deshalb konnte er auch in dieser schwierigen Situation Gott die Treue halten und für uns mag es jetzt vielleicht wie ein Film erscheinen weil wir daran gewöhnt sind so die Filme zu schauen dass da jemand stirbt und dann gibt es ein Happy End aber hier müssen wir eigentlich in dem Moment sagen er sieht nicht so danach aus dass es ein Happy End gibt oder denn das ist die Realität wie es die Geschichte das uns mitteilt er wurde zum Scheiterhaufen geführt weil er es gewagt hatte dieses Buch das Wort Gottes über alles andere zu stellen selbst über die Kirche und hier geht es mir auch nicht darum irgendeine Kirche oder irgendetwas schlecht zu machen sondern wir studieren hier die Geschichte und das sind einfach Fakten die wir anschauen ich habe hohen Respekt vor allen Menschen vor allen Christen die ihren Glauben ausleben aber gleichzeitig ist es auch wichtig dass wir die Geschichte studieren damit wir auch wir als Christen als gläubige Menschen nicht die Fehler wiederholen die damals gläubige Menschen getan haben denn das waren ja auch Christen die aber so weit sich von der Bibel entfernt haben dass sie angefangen haben andere Menschen zu verfolgen und das wollen wir nicht wir wollen von den guten aber auch von den schlechten Seiten der Christenheit und der Kirchengeschichte lernen und das war ganz klar keine so positive Seite der Kirche damals es heißt in dem Buch vom Schatten zum Licht auf Seite 101 als er so hergerichtet war sprachen die Prilaten nun übergeben wir deine Seele dem Teufel aber Huss hob seine Augen zum Himmel und sprach ich befehle meinen Geist in deine Hände oh Herr Jesus denn du hast mich erlöst als ich diese Worte las waren diese Bilder von meinen Augen und ich habe gemerkt was für ein Mut hatte dieser Mann es gab noch einen Mann der noch einen größeren Mut beweisen musste und zwar Jesus Christus der Sohn Gottes als er hier auf der Erde war und nicht nur sein Leben quasi für sich gab so wie Jan Hus er hat ja er starb ja für seine Überzeugung Jesus starb damals nicht nur für seine Überzeugung sondern für die ganzen Menschen denn es heißt in Johannes 3 Vers 16 denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle die an ihn glauben nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben Jan Hus ist gestorben und war dadurch ein Zeuge und auch ein Vorbild für uns dass wir sagen es ist gut Gott treu zu sein Jesus ist für uns aber noch ein viel größeres Vorbild denn er ist nicht nur ein Vorbild er ist auch unser Erlöser der einzige der uns wirklich retten kann auf dem Scheiterhaufen als Jan Hus dort gefesselt worden ist und eigentlich seine letzte Stunde geschlagen hat hat man ihm noch eine letzte Möglichkeit angeboten zu widerrufen und vielleicht wäre es ja verlockend gewesen das zu sehen was gleich geht mein Leben zu Ende und vielleicht hätte er in dem Moment auch gesagt ja ich möchte mein irdisches Leben retten aber er sagte ganz klar und war sich dessen bewusst dass Jesus Christus in der Lage ist ihm neues Leben zu schenken denn er wusste was in der Bibel steht dass wenn Jesus wieder kommt er die Toten auferwecken wird die an ihn geglaubt haben und jedem der gestorben ist im Glauben an Jesus Christus neues Leben schenken wird das war auch der Glaube von Jan Hus man forderte ihn auf zu widerrufen aber er tat es nicht und so heißt das auf der Seite 101 begann begann er zu singen Christus du Sohn des lebendigen Gottes erbarme dich meiner er sang so lange bis seine Stimme für immer verstummte auch seine Asche wurde in den Rhein geworfen die Wahrheit konnte durch das Feuer aber nicht vernichtet werden man kann gläubige Menschen verbrennen aber keiner kann Gottes Wahrheit Gottes Evangelium ausrotten sein Tod zeigte der Welt einmal mehr das wahre Gesicht Roms im Mittelalter die Grausamkeit Roms damals wie Menschen und das Gewissen der Menschen unterdrückt worden ist und so können wir sagen dass wir Jan Hus eigentlich viel zu verdanken haben denn heute können wir in die Geschichte zurückschauen und sehen was er Großes geleistet hat und gleichzeitig treu geblieben ist in dieser großen Verfolgung als Hieronymus sein treuer Freund und Begleiter gehört hat dass Hus gefangen genommen worden ist machte er sich sofort auf nach Konstanz zu kommen in der Hoffnung hier noch etwas tun zu können doch dadurch machte er sich kein Gefallen denn als er dort ankam wurde auch er sofort gefangen genommen und in das gleiche Gefängnis gesteckt in dem auch Jan Hus zuvor war und wie ich schon vorhin gesagt habe es war keine Luxussuite sondern eine nasse Zelle mit Ratten und schlechter Kost und so kam es auch dass er Hieronymus einer lebensgefährlichen Krankheit erkrankte und zu dem kam noch dass er über ein Jahr in Haft blieb und das zermürbte an ihn so dass er sich fragte werde ich das alles ertragen er wurde dann auch vor das Konzil zitiert und sollte genauso wie Jan Hus zwischen Leben und Tod wählen zwischen Absagen und zwischen Leben dem Leben lassen er hätte das Leben haben können wenn er absagt wenn er nicht absagt muss er dafür mit dem Tod bezahlen und so kam es dass weil er geschwächt war von der Krankheit aber auch wegen der Angst vor dem was passieren wird denn wir können uns das vielleicht noch gar nicht vorstellen keiner wurde von uns damit konfrontiert was es heißt verbrannt zu werden in einem Scheiterhaufen verbrannt zu werden und so geschwächt und durch diese Angst schwor er der Wahrheit ab dem Evangelium Gottes und sagte dass die Kirche für ihn die Autorität ist das heißt dort auf Seite 103 in dem Buch vom Schatten zum Licht durch dieses Mittel glaubte Hieronymus die Stimme seines Gewissens ersticken zu können und seinem Schicksal zu entkommen aber er wurde ja wieder dann ins Gefängnis gesteckt aber in der Abgeschiedenheit seines Verließes sah er klarer was er getan hatte er dachte über den Mut und die Treue von Hus nach und erkannte im Gegensatz dazu dass er die Wahrheit verleugnet hatte er dachte an seinen göttlichen Meister der für ihn den Kreuzestod erduldete und dem zu dienen er sich verpflichtet hatte vor seinem Widerruf hatte inmitten aller Leiden stets Trost in der Gewissheit der Gnade Gottes gefunden nun aber quälten ihn Gewissensbisse und Zweifel er wusste dass er noch viel mehr abschwören musste um mit Rom in Frieden zu leben der Pfad auf den er sich begeben hatte konnte nur in den völligen Abfall führen seinen Schluss war gefasst nur um einer kurzen Zeit des Leidens zu entgehen wollte er seinem Herrn nicht verleugnen und so hat er sozusagen noch eine Gelegenheit bekommen seinen Fehler wieder gut zu machen er nahm seinen früheren Widerruf zurück und bestand darauf dass er sich vor dem Gericht noch einmal verteidigen konnte eigentlich wollte man ihm dazu keine Gelegenheit geben aber er redete ihnen auch so ins Gewissen dass er sagte wie könnt ihr mich ein Jahr lang festhalten unter schlimmsten Bedingungen und mir jetzt nicht die Möglichkeit geben der ich ja unter Anklage stehe mich auch zu verteidigen und trotz heftigem Protest wurde ihm dieses diese Rede dann gewährt und in Gegenwart seiner Richter betete er kniete sich zuerst nieder und betete und bat Gott um Führung und Weisheit dass er das was er sagte so sagte das sozusagen das auch unter Gottes Führung stand und als er dann anfing den Anwesenden deutlich zu machen den Unterschied zwischen dem was die Kirche lehrt und zwischen dem was die Bibel lehrt konnten seine Feinde nicht mehr einfach weghören sondern sie waren gefesselt und haben auf einmal verstanden was Gott ihnen sagen möchte es heißt dort auf Seite 105 in dem Buch vom Schatten zum Licht dann zeigte auf die Richter und sagte standhaft ihr habt Wycliffe und Hus verdammt nicht etwa weil sie an den Lehren der Kirchen gerüttelt sondern weil sie die Schandtaten der Geistlichkeit ihren Aufwand Stolz und alle Laster gebrannt markt hatten ihre Behauptungen sind unwiderlegbar auch ich halte daran fest gleich wie sie dann wurde er unterbrochen und wütend vor Zorn schrien die Prelaten was bedarf es weiterer Beweise wir sehen mit unseren eigenen Augen den halsstarigen Ketzer und so wurde er wieder ins Gefängnis geworfen und einige Geistlichen versprachen sich noch ihn zur Umkehr zu führen das heißt sie dachten sie werden es schaffen ihn wieder im Einklang mit Rom zu bringen und so redeten sie ihm zu und sagten du würdest große Belohnungen bekommen wenn du wieder rufst du hast noch eine Chance aber seine Antworten waren immer ganz klar man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und deshalb weil er diese Einstellung hatte wurde genauso wie sein Freund Jan Hus zum Tode verurteilt es heißt auf der Seite 105 als der Scharfrichter hinter seinem Rücken den Scheiterhaufen anzünden wollte rief der Mörtyrer kommt mutig nach vorne und zündet ihn vor meinen Augen an wenn ich mich gefürchtet hätte wäre ich nicht hier als die Flammen um ihn herum aufstiegen sprach ein letztes Gebet Herr allmächtiger Vater erbarme dich mein und vergib mir meine Sünden denn du weißt dass ich deine Wahrheit alle Zeit geliebt habe seine Stimme versagte doch seine Lippen bewegten sich weiter im Gebet als das Feuer sein Werk getan hatte wurde die Asche des Märtyrams samt der Erde auf der sie lag aufgenommen und gleich der von Hus in den Rhein gestreut es macht mich tief traurig was Menschen damals im Namen Gottes alles getan haben wie sie eigentlich manchmal bewusst oder unbewusst eigentlich gegen Gott selbst gekämpft haben indem sie treue gläubige Menschen verfolgt eingesperrt und getötet haben und ein Anwesender der dabei war und das dann auch aufgeschieben hat ein Zeitzeuge gibt es so wieder was er dort erlebt hatte beide ertrugen alles mit standhaften Gemüt als sie ihre letzte Stunde geschlagen hatte sie bereiteten sich auf das Feuer vor als ob sie zu einem Hochzeitsfest gingen sie gaben keinen Schmerzenslaut vor sich als die Flammen ampor schlugen fingen sie an Loblieder zu singen und kaum vermochte die Heftigkeit des Feuers ihrem Gesang Einhalt zu gebieten ich bin persönlich davon überzeugt dass in außergewöhnlichen Situationen Gott außergewöhnliche Kraft gibt weil wir Menschen bestimmte Sachen ja gar nicht ertragen können schenkt Gott Gnade so wie Jan Hus und Hieronymus dass diese Möglichkeit auch geschenkt hat diese Schmerzen überhaupt zu ertragen denn die Zeitzeugen sagen ganz klar dass sie Loblieder gesungen haben und Gott gelobt haben wie kann das möglich sein wenn nicht hier Gott eingreift deshalb bin ich mir auch sicher dass egal was uns treffen sollte als Christen als gläubige Menschen wir wissen können dass Gott in außergewöhnlichen Situationen außergewöhnliche Kraft gibt es ist wichtig dass wir darum beten denn Gott hält seine Zusage wie ging es dann jetzt weiter die zwei großen Reformatoren lebten nicht mehr was wird jetzt aus den Nachfolgern was wird aus den Menschen die jetzt diese frohe Botschaft gehört haben leider ist es so dass Rom sich nicht damit begnügt hatte die zwei aus dem Weg zu räumen sondern sie hatten diese Bestrebungen auch die Nachfolger die Hossiten zu vernichten und so griffen sie diese Nachfolger die Hossiten immer wieder an doch mit Gottes Hilfe konnten sie sich wehren und ihre Souveränität behalten weil Rom kein Erfolg hatte durch Krieg zu gewinnen änderte Rom die Strategie und vielleicht ist es auch für uns etwas wovon wir lernen können wenn der Teufel es nicht schafft unseren Glauben durch Gewalt zu zerstören kommt er mit Kompromissen genauso wie er zu Jesus kam bei der Versuchung indem er ihm etwas angeboten hatte einen leichteren Weg und so heißt es hat man Verhandlungen die zwei Parteien haben Verhandlungen geführt die Hossiten und Rom und die Hossiten haben gefordert dass sie die freie Predigt der Wahrheit weiter ausführen konnten zudem das Recht der Gemeinde auf Brot und Wein beim Abendmahl das verlangten sie und gleichzeitig wollten sie den Gottesdienst in der Muttersprache halten ihr letzter Punkt war dass der Ausschluss der Geistlichen von weltlichen Ämtern also die Trennung von Kirche und Staat Rom stimmte dem zu aber nur unter der Bedingung dass sie diese Forderungen dann frei dass sie selbstständig interpretieren konnten das heißt die Hossiten stimmten dann am Ende zu dass Rom diese Forderungen selber auslegen konnte was das dann quasi bedeutet und das war der Beginn des Abfalls wieder ein Rückschritt denn durch Betrug gewahn Rom das was durch die militärische Stärke Rom nicht nicht erwirken konnte wurde durch die Kompromisse geschafft viele konnten diesem Pakt aber nicht zustimmen und so teilten sich auch die Hossiten die die dann die Kompromisse mit Rom eingingen und die die den Kompromiss mit Rom nicht wollten es es fing ein großer und langer Streit in Böhmen an die Hochburg des Evangeliums quasi in dieser Zeit wurde gespalten durch Kompromisse mit Rom und die Treuen schlossen sich unter dem Namen Brüderunität zusammen da sind da sind die heutigen Brüdergemeinden diese wuchsen und verbreiteten das Wort Gottes in Böhmen und so hatten viele trotzdem noch die Möglichkeit von Gottes Evangelium zu hören was heißt es jetzt für uns ganz praktisch wir haben über das Leben von Jan Hus gehört über seine Treue über seine Standhaftigkeit wir haben aber auch gesehen dass Hieronymus treu sein wollte aber in einem Moment dem nachgegeben hat und sich auf die Seite des Feindes gestellt hatte aber hier zeigt es mir dass Gott gut ist und unsere Fehler vergibt und so gab er Hieronymus nochmal eine Chance und genauso möchte er uns eine Chance geben das heißt wenn sie denken sie haben einen Fehler gemacht und wieder einen Fehler geben sie nicht auf Gott vergibt und schenkt uns immer wieder eine Möglichkeit einen Neueinfang mit ihm was können wir aber von seinen von den Nachfolgern von Hus und Hieronymus lernen ich glaube wir können lernen lernen dass wenn der Teufel es nicht schafft durch Gewalt den Glauben zu zerstören er mit Kompromissen kommt und das gleiche sehe ich auch heute wir haben heute in den westlichen Ländern keine Verfolgung keine wir müssen nicht Angst haben unseren Glauben oder unser Leben durch Verfolgung zu verlieren aber ich glaube dass wir in einer Zeit leben wo Kompromisse geschlossen werden Kompromisse dass man so weit geht um näher zueinander zu kommen dass dass die Kirchen sagen lass uns zusammenrücken lass uns näher zusammenkommen dass wir wieder eins werden dass sie den gleichen Fehler machen wie die Hussiten damals sie fangen an durch die Okumene Kompromisse mit Rom zu schließen und die Protestanten geben dadurch die Wahrheiten die Gott im Mittelalter offenbart hat wieder Stück für Stück ab denn in der Okumene ist es ja so dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss damit man zusammen kommen kann die Geschichte hat deutlich gezeigt dass Kompromisse die man eingeht auf Kosten der Wahrheit nur negativ enden lasst uns nicht diesen Fehler machen lasst uns nicht auf Kosten der Wahrheit uns zusammenschließen nur um der Einheit willen Einheit ist gut und wichtig aber nicht wenn es auf Kosten der Wahrheit geschieht lasst uns darum beten dass wir diesen Fehler nicht wiederholen deshalb studieren wir die Geschichte der Hoffnung dieses Buch vom Schatten zum Licht und sehen wie der große Kampf zwischen Gut und Böse verlief und immer noch verläuft wir haben gesehen dass manchmal dieser große Kampf mit Gewalt mit militärischer Stärke ausgetragen wird manchmal aber auch durch Kompromisse lasst uns hier Acht haben nicht die Fehler zu wiederholen aber uns für das Richtige zu entscheiden uns dabei helfen Amen ich möchte sie noch einladen dass wir gemeinsam beten lieber Vater im Himmel ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen dass du uns die Möglichkeit gibst einen Blick in diese große Geschichte zu werfen es ist wichtig zu sehen was in der Vergangenheit passiert ist damit wir wissen wie es weitergeht wir leben jetzt und wir wissen noch nicht was in der Zukunft passieren wird aber durch die Geschichte durch die Vergangenheit kannst du uns zeigen wie du Menschen geführt hast und wie das Evangelium Schritt für Schritt gesiegt hat das gibt uns Hoffnung in die Zukunft zu blicken und zu wissen dass du am Ende gewinnen wirst und dass wir wenn wir uns für dich entscheiden auf deiner Seite auf der Sieger Seite sind hilf uns dabei jeden Tag treu zu sein und wenn wir Fehler machen zu dir zu kommen und um Vergebung zu bitten habe Dank dafür Herr Amen